Auf jeden Fall wird einiges an Arbeit noch auf uns zukommen, vor allem was die internen Abläufe und so weiter betrifft. Bezüglich der Kunden habe ich jetzt eigentlich relativ wenig Sorgen. Ich glaube, dass die Kunden schon von uns so überzeugt sind, dass auch der Name daran nichts ändern wird. Nein, ich lasse mich einfach überraschen. Ich bin einfach offen für das Neue und einfach mal schauen. Sorgen keine, solange im Prinzip sich nur der Name ändert, ist, glaube ich, alles in Ordnung. Vielen Dank.